UNTERTITELUNG Wir haben gefeiert. So gegen drei war die Party dann vorbei und alle sind nach Hause gegangen. Aber was ist denn passiert? Vielleicht ist es besser bis sich alles etwas geregelt hat, wenn Sie und Herr Krüger die Plätze tauschen. Wie geht's dir? Die Kriminalpolizei hat mich angerufen. Wollen auch mal mit mir reden. Glaubst du, ich habe irgendwas zu verbergen? Nein, was ist denn das damit zu tun? Meinst du, du musst mich decken oder was? Ich frag dich einfach. Ich habe an dem Abend ein Video gemacht. Wolltet ihr es sehen?